Als nächster Redner spricht nun Kollege Bocklet von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich konnte nur in den ersten zwei Minuten mit Ihnen einiggehen, Frau Dr. Sommer, als Sie beschrieben haben, dass die Gesundheit das Wichtigste ist, was uns alle hier umtreibt und in der Verantwortung wie auch vor allen Bürgerinnen und Bürgern stehen. Der Rest der Rede kann ich zum Teil nicht wirklich verstehen, weil ich empfinde, dass wir alle, die hier sind, keinerlei Personen in diesem Raum gehört, weder Damen noch Herren noch Abgeordnete, wer auch immer mir noch dazu einfällt, die irgendetwas an der Situation im medizinischen oder gesundheitlichen Bereich schönredet. Wenn wir uns auf den Podiumsdiskussionen oft begegnen, dann haben wir das komplette Themenfeld aufgeklappt, alle Themenfelder. Ich will es Ihnen noch einmal sagen, weil sie als Ausaufgaben verabschiedet wurden, an denen sich mehrere Akteure beteiligt haben. Das nennt man den Hessischen Gesundheitspakt 2.0. Dort wurden die Probleme identifiziert und sie wurden aufgeteilt, wer etwas zu tun hat, und man hat viele umfangreiche Maßnahmenpakete mit auf den Weg bekommen. Ich will Ihnen noch einmal sagen, wir haben erstens Initiativen zur Stärkung von sektorenübergreifenden Kooperationen, zweitens Initiativen zur Sicherung der ärztlichen und pharmazeutischen Versorgung, drittens Initiativen zur Entwicklung zum Ausbau von E-Health und telemedizinischen Strukturen in Hessen, viertens die Frage, wie wir die Pflege zukunftsfest gestalten können, fünftens Willkommens- und Anerkennungskultur gestalten, bessere gesundheitliche und pflegerische Versorgung von und durch Menschen mit Migrationshintergrund, und sechstens der Zugang zum Gesundheits- und Pflegesystem für Menschen mit Behinderung. Das Land Hessen hat den Gesundheitsbericht aufgelegt, wie ich finde, ein starkes Werk, das nichts schönredet, was die Probleme benennt, aber im Gegensatz zu Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren von der Opposition, mit Lösungsvorschlägen arbeitet. Ich finde, das ist der richtige Weg in der Gesundheitspolitik, dass man tatsächlich darüber redet. Es waren oftmals, das habe ich heute gar nicht gehört, es gäbe keine Planung, es wäre konzeptionslos, das Krankenhausplanung lag vor, es gibt einen neuen, noch vor dem Sommer, das hat ja der Minister gesagt, und es gibt von den Kassenärztlichen Vereinigungen auch unter Fokus Gesundheit tatsächlich die regionalisierten Gesundheitsreports. All das zeigt, es gibt Grundlagen des Handelns, und es gibt die Themenfelder, wie gehandelt wird. Das heißt also, dass Ihr Vorwurf, es wird nichts passieren, und dass Sie natürlich im nächsten Jahr in der Opposition alles besser machen, das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Aber wir von der Regierung glauben, dass es tatsächlich heute schon viel getan wird. Ich nenne nur einmal sieben kurze Stichpunkte bei der Frage der Krankenhauslandschaft, wie wir mit Verbündenförderungen dazu beitragen, dass tatsächlich die Krankenhäuser zukunftsfest aufgestellt bleiben. Wie über den Pakt für Gesundheitsversorgung habe ich gesagt, wie bei der Pflegepersonalpolitik vorgegangen wird, wie wir bei der Präventionspolitik mit dem Gesundheitsbericht unter anderem, wie wir uns mit der Frage des Lebens am Ende, Palliativmedizin und das Hospizwesen, wie wir der Suchtpolitik, oder wie wir auch bei dem psychisch-kranken-hilfegesetz die Themen Schritt für Schritt abarbeiten. Ich glaube, die Landesregierung und die CDU müssen den Gefallen oder schon gar nicht den Vorwurf aussetzen, sie würde nicht entschieden handeln. Wir versuchen, all das, was in der landespolitischen Verantwortung möglich ist, unsere Spielräume auszunetzen. Ich glaube, das lässt sich auch sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Wir haben doch darüber besprochen. Wir haben Probleme bei der Hebammenversorgung, wir haben Probleme im ländlichen Raum mit den ambulanten Arztssitzen, wir haben Krankenhäuser, die in Schieflagen kommen. Jetzt würde ich mir tatsächlich auch noch einmal die Mühe machen, was hat denn eigentlich die Große Koalition zu der Frage beschlossen, Gesundheitspolitik in Deutschland. Sie wissen, dass die meiste Gesetzgebung sich in der Bundeshand befindet. Lassen Sie mich nur zwei Beispiele nennen, wo Sie hier so vehement dafür plädiert haben, dass Sie sich auf Bundesebene dafür einsetzen werden, dass die Hebammen bei der Versicherungsfrage doch tatsächlich gerettet werden. Da gibt es einen einzigen Satz in der Koalitionsvereinbarung, der lautet, das Wichtige ist, dass wir genug und flächendeckend Hebammen haben. Punkt. Seite 92 meine ich, wenn ich das richtig in den Kopf habe. Nicht mehr, nicht weniger. Sie haben nichts getan, was auf Bundesebene nötig gewesen wäre, um die Versorgung, die Ausstattung und die Absicherung von Hebammen tatsächlich zu verbessern. Aber dann zum Land Hessen laufen mit Tränen in den Augen und zu sagen, jetzt müssen wir aber mit einer Landesversicherung die Hebammen und die Selbstständigen retten, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich finde das, was Sie machen, auf Bundesebene dann nicht ausreichend. Sie stellen fest bei der Krankenhausplanung, die Länder sind zuständig, die Länder finanzieren auch die Investitionen. Herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD und der Bundesregierung. Das, was Sie hier im Land machen, ist immer dasselbe Spiel. Sie haben auf Bundesebene offensichtlich nicht ausreichend durchsetzen können. Das ist ja auch ein verständliches Ärgernis. Aber dann hierher zu laufen, der Kollege Wagner nennt das immer, das ist nicht der Beichtstuhl der Bundesregierung hier. Wir müssen darauf achten, dass wir als Land unsere Hausaufgaben machen. Aber Sie bitte im Bund auch. Das ist die ganze Wahrheit. Es gibt übrigens viel löbliches im Koalitionsvertrag. Das will ich Ihnen nur einmal sagen. Zum Beispiel, dass Sie die DiGs entlasten wollen, um das Pflegepersonal. Das, glaube ich, wird ein riesiger Fortschritt werden. Weil es in den Krankenhäusern mehr Spielräume geben wird, wird auch nicht weiter in Defizite reinzulaufen. Das finde ich sehr richtig. Das will ich nur an dieser Stelle gesagt haben. Ich glaube, dass wir bei der Versorgung des ländlichen Raums eine Fülle von Initiativen eingeleitet haben. Wir versuchen, die jungen Mediziner schon in den ländlichen Raum zu bekommen. Aber Sie wissen, dass ein Teil der Wahrheit ist, dass Sie niemanden mit vorgehaltener Pistole zwingen können, in den ländlichen Raum zu gehen, wenn dort die Situation so ist, wie sie ist. Sie wissen genau, dass die Medizinerinnen, vor allem 70 % der weiblichen Medizinstudenten, auch um andere Infrastruktur suchen. Sie wollen Kinderbetreuung, sie wollen Schulen, aber wo weniger Menschen wohnen, findet man nicht die komplette Infrastruktur vor. Dass man da Anreize schafft, sich trotzdem niederzulassen, das tut der Gesundheitspakt, das tut die Landesregierung, und das ist auch richtig so. Bei der Frage, dass die Krankenhäuser Verbünde fördern, haben wir mit Frankfurt und Main-Taunus-Kreis ein gutes Beispiel. Ich glaube, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, diese Krankenhäuser aktiv zu unterstützen. Aber was nicht geht, liebe Kollegin Frau Dr. Sommer, Sie, die Parteien der SPD, auch die lokalen GRÜNEN, auch die lokale CDU, haben im Jahr 2000 das Kreiskrankenhaus in Bad Schwalbach privatisiert, im Jahr 2000 privatisiert. Das kann man 18 Jahre später blöd finden. Aber sich dann darüber zu beschweren, dass ein privater Konzern es nicht geschafft hat, Helios in dem Fall, das Haus kostendeckend zu führen, und über mehrere Jahre nur eine Auslastungsquote von 43 % hat, wir nehmen zur Kenntnis, dass die Bad Schwalberer in andere Krankenhäuser gegangen sind. Offensichtlich hat Helios da etwas nicht richtig gemacht. Warum auch immer. Wenn das nicht ausgelastet ist und Sie einen Antrag darauf stellen, eine Aufschließung, dann hat das Land das nicht zu befürworten oder zu verhindern oder was auch immer, sondern das ist eine Entscheidung von Helios-Kliniken. Wenn der Kreis der Meinung ist, er möge dieses Krankenhaus auf Biegen und Brechen aufrechterhalten, dann kann man den Weg gehen, diese Helios-Klinik als Kreis zu kaufen und sie mit eigenen kommunalen Zuschüssen defizitär weiter zu betreiben. Andere Kreise machen das. Dann tun Sie es doch. Natürlich kann ich jeden Menschen in Bad Schwalbach verstehen, und dieser Teil meine ich auch ernst. Schließungen sind nichts, was Spaß macht. Niemand macht gerne Schließungen. Ich unterstelle selbst dem Konzern Helios nicht, dass er das aus Spaß und Dollerei macht. Aber wenn Sie das beantragen, dann bedeutet das für die Menschen Sorgen und Unsicherheiten. Erst einmal Ängste sind die Versorgung gesichert. Dann wird das geprüft. Wenn diese Prüfung ergibt, dass sie nicht gefährdet ist, dann finde ich es nur ein seriöses Auftreten, den Menschen das auch zu sagen und nicht Ängste zu schüren, die nicht wahr werden. Herr Weiß, Sie wissen das auch, Sie machen doch eine pseudopopulistische Politik. Das nimmt sich doch keiner ab. Sie machen da Resolution vor Ort wohlwissend, dass es gar nicht anders funktioniert. Das Land hat einen bescheidenen Spielraum. Wenn geprüft wird, dass die Versorgung gerettet ist, wenn die Versorgung nicht gefährdet ist, hat das Land rechtlich keine Spielräume, außer aus dem Versorgungsstrukturausgleich tatsächlich auch Mittel zu zahlen. Das ist der schmale Korridor des Handelns, was die Landesregierung möglich hat. Wir befürworten keine Schließungen, wir verhindern sie auch nicht. Wir haben einen Teil in dieser Ablaufkette zu tun. Wenn Sie als Kommunalus, die das Ding privatisiert haben, versuchen, das Bild zu stellen, dass das Land etwas schließt und das Land sei schuld daran, dass die Helios-Kliniken schließen müssen, dann ist das wirklich fatal und falsch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nein, wir wollen eine gute, ausreichende Versorgung an Krankenhäusern, an Notfallversorgung, und wir werden auch alles dafür tun, dass eine Notfallversorgung tatsächlich auch so gewährleistet ist, dass es zu nichts Schlimmerem für die Menschen dort vor Ort kommt. Das ist auch tatsächlich das Bestreben der Landesregierung. Es laufen im Hintergrund auch andere Gespräche, wie noch tatsächlich weitergearbeitet wird. Das sind auch gute Zeichen, die dort gesendet werden. Ich komme gleich zum Schluss, Frau Präsidentin. Es ist doch ein gutes Zeichen, dass dort einige Arbeitsplätze erhalten werden, dass dadurch die Psychosomatik eine Klinik erhält. Es ist doch ein gutes Zeichen, dass wenigstens für einige Ärzte und Pflegepersonal dort in diesem Bereich noch weiter Arbeit zu finden sein wird. Aber wir können als Landesregierung nicht wie Herrn Messias durchs Land gehen und jedes Haus retten, was vor Ort sozusagen verschuldet in diese Krise gekommen ist. Ich danke Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Zu einer Kurzintervention hat sich Frau Kollegin Dr. Sommer noch einmal zu Wort gemeldet. Frau Kollegin, Sie haben zwei Minuten Redezeit. Lieber Herr Bocklet, ich glaube, Sie haben da etwas missverstanden. Wir haben nicht gesagt, dass die Landesregierung für die Schließung von Bad Schwalbach verantwortlich ist. Wir haben gesagt, dass wir wollen, dass Helios endlich öffentlich Verantwortung nimmt. Wenn die Kreisgremien meinen, sie könnten das machen, genau das, was sie erklärt haben, dann sollen sie dieses tun. Nicht mehr, nicht weniger. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Und das nicht seit gestern, sondern seit mehreren Jahren, wo Frauen 80 Hebammen in Frankfurt anrufen müssen, um überhaupt eine Unterstützung bei Geburt zu bekommen. Darum geht es, um nichts anderes. Wir sind froh, dass die Landesregierung jetzt endlich, nach diesem Druck, der aufgebaut worden ist, eine Liste erstellt, um zu schauen, wo fehlen die Hebammen und wo wir nachsteuern müssen, damit jeder die Hilfe bekommen kann, die er benötigt. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. – Herr Kollege Bocklet, Sie haben jetzt die Möglichkeit, zwei Minuten zur Erwiderung. Frau Präsidentin, ich danke Ihnen. Zwei Sachen. Ich bin schon froh. Sie haben den Eindruck erweckt, wenn das nicht stimmt, dass die Landesregierung für den Erhalt der Klinik Bad Schwalbach sorgen soll. Wenn Sie diese Forderung nicht aufrechterhalten, ist es gut, dass wir das öffentlich hier einmal geklärt haben. Das nehme ich zu Kenntnis. Auch Herr Weiß fordert das nicht mehr, dass die Landesregierung sich für den Erhalt einsetzen soll, sondern dass Sie einfach sagen, dass Sie das vor Ort tun. Da finden wir gar keinen Dissens. Wenn es eine kommunale Lösung gibt, würden wir das sofort unterstützen. Aber solange Sie immer so empört tun, die Landesregierung tut so wenig für den Erhalt, dann wären wir im Dissens. Aber offensichtlich wollen Sie das auch nicht, sondern Sie fordern offensichtlich kommunallos auf, das zu tun. Da gehen wir gerne mit, erstens. Zweitens. Bei den Hebammen, wissen Sie, dass es zu wenig Hebammen gibt. Wissen Sie, ich komme aus einer Großstadt, ich habe selbst zwei Kinder, und seit zehn Jahren gibt es dort Probleme. Das Problem war nur, Frau Dr. Sommer, leihen Sie mir Ihr Ohr, ich habe wenig Zeit. Das Problem war nur, wenn man mit den Spitzenverbänden der Hebammenvertreterin geredet hat, konnten Sie keine Zahlen nennen, wo sie genau fehlen, und es nachsteuern. Das Problem ist schwierig. Das Hauptproblem war die Versicherung, die nicht gezahlt wird. Das ist ein Bundesproblem. Das lösen Sie nicht. Was wir daraus gemacht haben, haben wir jetzt mit den Akteuren der Hebammenvertreter erreicht, dass es eine profunde Untersuchung gibt, wo etwas fehlt. Dort werden wir nachsteuern. Wir sind sogar bereit, die Versicherung zu ersetzen, wenn es irgendwann einmal so weit kommt. Aber das, was Sie auf Bundesebene machen, ist 0,0. Erzählen Sie uns nicht zu Hebammenproblemen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten der SPD der SPD und der LINKEN und der LINKEN und der LINKEN betragen viele Tausende Menschen, die in Krankenhäusern, in Praxen, im Bereich der Pflege tätig sind, ihren Beitrag. Da gilt es als allererstes einmal, denen ein herzliches Dankeschön zu sagen. Beifall bei der LINKEN und bei Abgeordneten der SPD Das bedeutet nicht, dass man die Augen dafür verschließen sollte, wo es Arbeiten und wo es Aufgaben gibt, die man angehen muss, um die Strukturen letztendlich zu verbessern. Dann wird auch so getan, als ob das Thema neu wäre und die Opposition es gerade erfunden hätte. Wir haben bereits im Jahre 2011 als Landesregierung, und mit dieser Landesregierung im Jahre 2014 fortgesetzt, mit allen Beteiligten in Hessen einen Pakt zur Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung, insbesondere im ländlichen Raum, abgeschlossen. Frau Dr. Sommer, Sie wollen ja ein paar Zahlen und Antworten wissen. Dann sage ich Ihnen, was wir machen. Wir fördern das sogenannte praktische Jahr im Wahlfach Allgemeinmedizin sowie von Formulaturabschnitten in Lehrpraxen mit rund 600 € im Monat. Wir fördern die Weiterbildung in der Allgemeinbildung mit einem Gehaltszuschuss von 4.800 € monatlich über das Kompetenzzentrum Weiterbildung in der Allgemeinmedizin. Wir sind diejenigen, die überhaupt an den Universitäten Marburg und in Frankfurt eigene Kompetenzzentren Weiterbildung in der Allgemeinmedizin eingerichtet haben, die wir mit 250.000 € per anno fördern. Wir machen Ansiedlungsgeförderung in Gebieten mit einem besonderen Versorgungsbedarf mit rund 66.000 €, indem wir dies als Investitionskostenzuschüsse je Praxis geben. Die KV gibt Honorarumsatzgarantien. Wir übernehmen die Kinderbedrohungskosten und geben Umzugskostenzuschüsse. Im pflegerischen Bereich haben wir die anteilige Übernahme der Finanzierung der schulischen Ausbildung. Gleichzeitig beteiligen wir uns als Land Hessen in der Ausbildungs- und Qualifizierungsaltenpflege des Bundes. Wir haben einen generellen Neuzuschnitt bei den Gesundheitsberufen und Fachberufen zu verzeichnen. Dieser ist auch notwendig, damit die qualitativen Anforderungen entsprechend berücksichtigt werden. Deswegen haben wir in den Koalitionsvereinbarungen verabredet, dass auf der Bundesebene das ungehend ein neues Pflegeberufsgesetz auf den Weg bekommt. Zur Förderung von sektorenübergreifenden Kooperationen stellen wir in der Zeit von 2014 bis einschließlich 2017, also in dieser Legislaturperiode, nicht das, weil Sie sagen, wir müssten anfangen, insgesamt 2,4 Millionen € zur Verfügung, die eingesetzt werden können. Wir haben gleichzeitig eine Arbeitsgruppe im 90-A-Gremium nach SGB V eingerichtet, zur sektorenübergreifenden Bedarfsplanung und gleichzeitig zur Neustrukturierung der Notfallversorgung. Wir haben am Kreisklinikum in Höchst einen Modellversuch mit der Kassenarztlichen Vereinigung und dem Krankenhaus eingerichtet, in der die Frage der Leitstelle und des Leitens im Hinblick auf die Frage, ob es ein Notfall der Klinik oder ist es ein Notfall, der ambulant versorgt werden muss, eingerichtet. Den fördern wir mit mehreren 100.000 €. Für die nächsten drei Jahre haben eine ganze Reihe von Partnerpraxen gewonnen, die an dieser Stelle daran teilnehmen. Wir wissen, dass wir bei der Fragestellung der Digitalisierung dieses als Mittel zum Zweck, als Hilfsmittel mit einsetzen. In diesem Zusammenhang erproben wir an den unterschiedlichsten Bereichen, gerade zur Sicherstellung der Versorgung im ländlichen Raum, auch den Einsatz von digitalen Instrumenten, um Versorgungssicherheit sicherstellen zu können. Dafür werden wir rund 6 Millionen € jährlich zur Verfügung stellen. Wir haben in einem gemeinsamen Bericht einer Expertengruppe, bei der das Land Hessen federführend mit tätig gewesen ist, der Gesundheitsministerkonferenz und der Kultusministerkonferenz Fachkräftesicherung im Gesundheitswesen. Das ist im Übrigen 2015 auch keine neue Erfindung von Ihnen festgehalten, dass wir strukturelle Veränderungen in vielen Bereichen haben und damit auch eine deutliche Erhöhung von Medizinstudienplätzen einhergehen soll. Im Masterplan 2020 haben wir das festgehalten. Das ist im letzten Jahr entsprechend beschlossen worden. Das findet sich jetzt an dieser Stelle auch noch einmal wieder im Koalitionsvertrag. Wir haben in Hessen ein leistungsfähiges Notfallsystem, das insbesondere durch die Fragestellung des Einsatzes von Iwena, ein Exportschlager, der in der Zwischenzeit auch im europäischen Ausland Anwendung findet und dort eingesetzt wird, die Situation, dass wir verunfallte Menschen zielgerichtet an die Krankenhäuser bringen können, die für die optimale Versorgung geeignet sind. Wenn zurzeit eine Grippewelle viele Kapazitäten in Krankenhäusern entsprechend stilllegt und dies eine saisonale und punktuelle Frage ist, werden wir uns – dazu haben wir die Gesprächspartner bereits eingeladen – mit Ihnen auseinandersetzen, wenn wir wissen, dass es zu einem gewissen Zeitpunkt kommt, dass dann Krankenhausträger Urlaubssperren einsetzen müssen, dass wir Rehakliniken mit in Kraft setzen müssen, um entsprechende Aufnahme vorzuhören, und dass wir unsere Fördertatbestände in Zukunft an dieser Stelle dementsprechend auch versuchen müssen, unsere Förderungen mit entsprechenden Gegenleistungen in diesem Bereich verbinden müssen. Wir werden im Hinblick auf die vom Bund eingesetzte Arbeitsgruppe für sektorenübergreifende Versorgung aktiv dafür einsetzen, dass die Bedarfsplanung gemeinsam gemacht wird. Wenn Sie den Koalitionsvertrag richtig lesen – Sie haben ihn ja zum Teil mit unterschrieben aus Ihrer Fraktion –, dann steht auch dort drin, dass erstmalig bei der Notaufnahme eine gemeinsame Finanzierung von kassenärztlicher Vereinigung und Krankenhaus auf den Weg gebracht werden soll. Wenn es gelingt, einmal an einer Stelle die Sektoren, die bei diesen Finanzierungsfragen immer vorhanden sind, zu überwinden, bin ich guter Hoffnung, dass das in Zukunft auch in anderen Bereichen gewährt wird. Lassen Sie mich dann auch noch sagen, dass wir auch in Hessen eine flächendeckende und qualitativ hochwertige Versorgung mit Krankenhäusern haben. Wir haben in den letzten 15 Jahren eine ausgesprochen gute Krankenhausstruktur in Hessen geschaffen. Wir haben mehr als alle anderen Länder in die Investitionsförderung ausgegeben. Wir haben damit auch in vielen Fällen kleine Standorte an Stellen konzentriert, wo sie für die Versorgung erforderlich sind. Wir haben schon vor zehn Jahren Erreichbarkeitskriterien als Grundlage für die Krankenhausplanung gemacht. Diese sind erst ganz aktuell vom Bund übernommen worden. Wir waren da schon seit Langem entsprechende Vorreiter. Dann will ich ein paar Sachen für die Frage zu Bad Schwalbach sagen. Natürlich, wenn ein Krankenhaus gedroht wird, zu schließen, dann machen sich Ängste und Besorgnisse breit. Die sind auch nicht wegzudisputieren. Aber es lohnt sich, schon auf die Fakten zu schauen. Auf der einen Seite, im Jahr 2000, hatte das Krankenhaus in Bad Schwalbach noch 150 Betten, die zu 76 % ausgelastet waren. Das war der Zeitraum, an dem sich der Kreis entschieden hat, das Krankenhaus zu privatisieren. Das ist 18 Jahre her. Das ist keine Entscheidung des Landes. Das ist eine ausschließlich Entscheidung des Rheingau-Taunus-Kreises zum damaligen Zeitpunkt. Mittlerweile hat das Krankenhaus noch 110 Betten, eine Auslastung von 43 % und 17.000 Behandlungstagen. Das liegt nicht daran, dass es heute weniger kranke Menschen gibt als damals. Es geht vielmehr daran, dass die Bevölkerung das Krankenhaus zunehmend nicht mehr in Anspruch nimmt und in andere Krankenhäuser geht. Das Leistungsspektrum der Klinik, also in den Fallpauschalen, die in Bad Schwalbach tatsächlich erbracht werden, gibt es im Rheingau-Taunus-Kreis etwa 21.000 Patienten jährlich. Davon gehen aber nur noch knapp 3.000 in das Krankenhaus nach Bad Schwalbach. Das heißt, 85 % der Menschen, die sich in eine Krankenhausbehandlung geben und die im Rheingau-Taunus-Kreis leben, gehen von sich aus in ein anderes Krankenhaus. Das ist eine Entscheidung, die der einzelne Patient zu treffen hat. Außerdem behandelt bei den Fällen, die noch vorhanden sind, das Krankenhaus in Bad Schwalbach zu einem Großteil von Patienten, die in anderen Ländern längst ambulant versorgt werden. Die häufigste Operation im Krankenhaus in Bad Schwalbach sind Varizeneingriffe. Ich nehme an, Sie wissen, was das ist. Das sind Krampfadern. Aber die haben unbedingt nichts mit Notfallversorgung an irgendeiner Stelle zu tun, allenfalls wenn die Besenreise ein kosmetisches Problem darstellt und man sie gerne weg hätte. Aber lebensbedrohlich ist es an dieser Stelle nicht. Das ist der Großteil der Eingriffe, die in Bad Schwalbach vorgenommen werden. Dann wird erklärt, für die Notfallversorgung sei dieses Krankenhaus unverzichtbar. Das ist nicht zu denken. Im Übrigen wird der Gemeinsame Bundesausschuss in den nächsten Jahren nach dem Prinzip Übung macht den Meister zunehmend Mindestmengen als Kriterium für die Aufrechterhaltung von Krankenhäusern im SGB V schaffen. Auch dieses würde sich auf ein so kleines Haus wie Bad Schwalbach auswirken. Also, schwere Schlaganfälle, schwere Herzinfarkte, Bedeutung, schwere Verkehrsunfälle werden schon seit Jahren nicht mehr nach Bad Schwalbach verbracht, sondern in andere Bereiche hinein. Es gibt an dieser Stelle ganz eindeutige Kriterien des GBA, die zugrunde gelegt werden, wenn ein Antrag auf Schließung eines Krankenhauses gestellt wird. Diese Kriterien sind durch die Hessen-Agentur errechnet worden. Im Übrigen hat der Kreis gesagt, dass er mit dieser Berechnung nicht einverstanden sei und ein eigenes Gutachten in Auftrag gegeben hat. Wenn meine Informationen stimmen, hat die erste Kreisbeigeordnete gestern im Gesundheitsausschuss des Hessischen Landkreistags gesagt, die Ergebnisse der eigenen Untersuchungen liegen vor. Sie haben keine anderen Ergebnisse zugrunde als die der Hessen-Agentur. Auch an dieser Stelle sehen Sie alles rechtmäßig an dieser Stelle. Versorgung ist gesichert, und wir haben Gesundheitsversorgung auf hohem Niveau. Danke, Herr Staatsminister. Wir gehen fröhlich in eine zweite Runde. Für die LINK-Fraktion hat sich Frau Schott zu Wort gemeldet. Herr Minister, Ihre Welt scheint in Ordnung zu sein. Dann wundert es mich nur, dass wir in diesem Land völlig überlastete Ärzte haben. Ich habe mit Kardiologen gesprochen, die sagen mir, ich arbeite zehn Stunden am Tag nur am Patienten. Dazu kommt noch die Verwaltung. Ich kann das nicht mehr. Ich bin am Ende. Eine normale Wartezeit, um einen Facharzttermin zu kriegen, beträgt bis zu sechs Monaten. Das finden Sie also in Ordnung, Herr Minister. Ein Gesundheitsminister, der meint, dass 50 km zu einer Entbindung eine zumutbare Entfernung sein kann, ist in meinen Augen kein Gesundheitsminister, sondern frauenfeindlich. Wenn wir über 100 km Patienten durch die Landschaft fahren, damit sie ein Klinikbett finden, finden Sie also eine gute Situation in Hessen. Wir haben Landstriche in diesem Land. Da gibt es keinen einzigen Kinderpsychotherapeuten mehr. Auch das finden Sie gut, Herr Minister. Sie haben gerade gesagt, die gesundheitliche Versorgung ist in Ordnung. Wir haben ganze Landkreise ohne einen Kreißsaal. In den letzten sechs Jahren sind elf Kreißsäle geschlossen worden. Das finden Sie gut, Herr Minister. Ja, weil die Versorgung hier gut ist. Ich war da überhaupt noch nie, Herr Kollege. Ich habe auch kein Interesse, dahin zu reisen. Aber Sie sollten vielleicht einmal versuchen, einen Arzt im ländlichen Raum zu finden. Stundenlange Wartezeiten in den Notaufnahmen in diesen Krankenhäusern, Herr Minister, finden Sie gut, weil Sie finden die Versorgung hier gut. Frau Schott, ein bisschen mehr Ruhe im Saal, bitte. Frau Schott hat das Wort. Frau Schott darf laut sprechen Sie nicht. Die Kassenärztliche Vereinigung ruft seit Monaten nach Hilfe und sagt, wir können unserem Versorgungsauftrag nicht mehr nachkommen. Sie versucht, Ihnen die Tür einzurennen. Herr Minister, dann kann die Situation gar nicht gut sein. Ihr viel gelobtes Iwena zeigt fast öfter Rot als Grün an. Es ist zwar hilfreich, dass es das gibt, aber wenn es zu dem Ergebnis kommt, es gibt keine Betten, dann hilft Iwena auch nichts. Ihre Altenpflegeausbildung ist seit Jahren unterfinanziert. Das wissen Sie auch. In den letzten 15 Jahren, von denen Sie gerade gesprochen haben, sei die Krankenhaussituation in Hessen gut. 30 Krankenhäuser sind in diesen 15 Jahren geschlossen worden. Was Bad Schwalbach angeht, und Sie sagen, das ist nur noch eine kosmetische Operation, dann frage ich mich, warum die niedergelassenen Ärzte vor Ort sagen, wir brauchen dieses Krankenhaus. Vielleicht sollten Sie sich einmal mit denen darüber auseinandersetzen, ob die nichts anderes tun, als kosmetische Operationen zu verordnen. Danke, Frau Schott. – Für die SPD-Fraktion hat sich Frau Dr. Sommer gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte noch einmal betonen, dass natürlich auch wir sagen, wir haben ein gutes Gesundheitssystem. Wir meckern natürlich im Vergleich zu anderen Ländern tatsächlich auf einem hohen Niveau. Trotzdem können wir nicht wegdiskutieren, dass es keine Probleme gibt. Sie haben auch recht, der Dank gilt allen Beschäftigten, aber auch ehrenamtlichen und pflegenden Angehörigen, die jeden Tag harte und gute Arbeit leisten. Was wir nur möchten, ist ein gesamter Plan. Wir haben ganz viele Einzelmaßnahmen. Wir sagen auch nicht, dass diese nur schlecht sind. Das hat keiner hier im Saal gesagt. Wir möchten etwas, was gesamtheitlich die Gesundheitsversorgung abdeckt, einen Masterplan, einen Gesamtplan, wo man schaut, welche Angebote und welche Bedarfe es gibt, und wie wir uns für die Zukunft aufstellen müssen. Ich möchte auch noch einmal auf die Notfallversorgung in Bad Schwalbach zu sprechen kommen. Schon jetzt ist es so, dass mehr Patienten vom Untertaunus nach Bad Schwalbach statt nach Wiesbaden gehen. Ich empfehle Ihnen die Pressemitteilung der CDU-Kreistagsfraktion vom 25.01. Dort heißt es nämlich, durch die drohende Schließung des Krankenhauses in Bad Schwalbach sieht die CDU-Kreisfraktion den Gesundheitsstandort mit stationärer Grund- und Notfallversorgung massiv gefährdet. Also unterhalten Sie sich bitte auch einmal mit Ihren eigenen Kollegen vor Ort. Ich dachte auch, Frau Müller-Klepper und Herr Beuth wären dort immer anwesend. Aber vielleicht dringt es dann doch nicht nach Wiesbaden, auch wenn Bad Schwalbach gar nicht so weit entfernt ist. Ein letzter Punkt. Da muss ich doch noch einmal auf Herrn Bocklet zu sprechen kommen. Herr Bocklet, vielleicht haben Sie dem Gesundheitsminister in Hessen ja besser zugehört als mir. Der Gesundheitsminister auf Bundesebene stellt nicht die SPD, sondern die CDU. Herr Grüttner hat eben alles, was es zu der Haftpflichtversicherung von Hebammen zu sagen gibt, ausführlich und ausdrücklich beschrieben. Herr Grüttner war auch da mit beteiligt, um das auszuhandeln. Also sprechen Sie mit Ihrem Koalitionspartner, und greifen Sie nicht uns an. Danke schön. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD und bei Abgeordneten der SPD Danke, Frau Sommer. – Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN meldet sich Herr Bocklet. Frau Dr. Sommer, Herr Präsident. Der Masterplan, so ein bisschen kommt es mir vor wie der Hessenplan von der SPD. Da müsste man einmal, man könnte einmal, und was wäre denn überhaupt mit, und eine Fülle von Einzelmaßnahmen? Haben Sie einmal für eine Sekunde in diesen Gesundheitsbericht geguckt? Sie haben hier über mehrere hundert Seiten genau beschrieben, was im Land Hessen untersucht wird, welche Probleme es gibt, wie man sie angehen will, welche Maßnahmen man plant, und das durch Altersschichten, durch sektorenübergreifend, mit vielen Akteuren. Zweitens. Im Gesundheitspakt habe ich Ihnen auf zwei DIN A4-Seiten vorgelesen, welche Initiativen zum sektorenübergreifenden, zum pharmazeutischen Versorgung, zum E-Health vorgetragen. Ich mache das gerne. Das gehört immer zu pädagogischen Instrumenten, die Wiederholung, damit es irgendwann einmal sitzt. Das Ganze ist eine Planung. Dazu kommt noch eine Krankenhausplanung, und es kommt noch die von der Kassenärztlichen Vereinigung zu verantworten, ambulante Versorgung. Das Ganze ist durchgeplant. Ich finde, das Land Hessen ist in dieser Frage gut aufgestellt. Trotzdem passt es nicht in Ihr Weltbild von einem differenzierten Denken. Das mag so sein. Wir tun das. Obwohl es gut aufgestellt ist, gibt es eine Fülle von Problemen. Deswegen wird es bei unserem Koalitionspartner auch ein bisschen ruhiger, dass die Bundesregierung und der Koalitionsvertrag auf Bundesebene nicht alle Probleme angegangen sind, die wir im Lande brauchen. Ich habe nur exemplarisch ein Beispiel gebracht. Das war die Investitionskostenförderung für Krankenhäuser. Ich habe das zweite Beispiel gebracht. Bei der Hebammenversorgung gibt es für die selbstständigen Hebammen das Problem der Versicherung, der exorbitant teuer geworden ist. Ich hätte mir dort eine Hilfe von der Bundesregierung gewünscht. Ob Herr Grüttner dabei ist oder nicht, das wird jetzt sehr stark wahrscheinlich, dass er das erträgt. Ich hätte mir dort eine Lösung von der Bundesregierung gewünscht. Sie gehören dazu. Deswegen deuten Sie aber auf das Land Hessen. Das ist die Doppelzüngigkeit, die wir kritisieren. Ich danke Ihnen. Danke, Herr Bocklet. Wir sind am Ende der Aussprache zu diesen Tagesordnungspunkten angelangt. Ich versuche, uns jetzt durch die verschiedenen Anträge zu leiten. Der Antrag der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 19-6167, geht nach den mir vorliegenden Notizen in den Sozialausschuss. Das ist so. Der Dringliche Entschließungsantrag der LINKEN, Drucksache 19-6192, soll nach meinen Notizen hier namentlich abgestimmt werden. Das ist so. Dann rufe ich auf den Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Krankenhaus Bad Schwalbach erhalten, Drucksache 19-6192, zur namentlichen Abstimmung. Ich bitte Herrn Utter zu beginnen. Ulrike Alex, Dr. Walter Arnold, Lena Arnold, Sabine Bächle-Scholz, Jürgen Banzer, Dr. Ralf-Norbert Bartelt, Elke Barth, Alexander Bauer, Holger Bellino, Peter Beuth, Dr. Frank Blechschmidt, Markus Bocklet, Michael Boddenberg, Volker Bouffier, Ulrich Kasper, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Corrado Di Benedetto, Klaus Dietz, Angela Dorn entschuldigt, Tobias Eckert, Enthaltung, Sigrid Erfurt, Nancy Faeser, Gabriele Faulhaber, Martina Feldmayer, Hildegard Förster-Heldmann, Uwe Frankenberger, Dieter Franz, Jürgen Frömmrich, Kerstin Geist, Lisa Gnadl, Eva Goldbach, Wolfgang Kreilich, Stefan Krüger, Gernot Grumbach, Stefan Krüttner, Heike Habermann, Dr. Jörg-Uwe Hahn, Ursula Hammann, Karin Hartmann, Christian Heinz, Birgit Heitland, Heike Hoffmann, Andreas Hofmeister, Brigitte Hofmeyer, Rüdiger Hohlschuh, Hartmut Honka, Norbert Kartmann, Heiko Kasseckert, Frank-Peter Kaufmann, Kaya Kinkel, Irmgard Klaff-Isselmann, Horst Klee, Hugo Klein, Wiebke Knell, Eva Kühne-Hörmann, Gerald Kummer, Dirk Landau, Judith Lannert, Jürgen Lenders, Angelika Löber entschuldigt, Frank Lorz, Heinz Lotz, Daniel May, Gerhard Merz, Markus Meissner, Klaus-Peter Möller, Karin Müller, Regine Müller, Petra Müller-Klepper, Handan Ötzkywin, Mürvet Öztürk, nicht da, Manfred Penz, Bodo Pfaff-Greifenhagen, Lucia Puttrich entschuldigt, Lothar Quanz, Claudia Ravensburg, Clemens Reif, Michael Reul, Boris Rhein, René Rock, Ernst-Ewald Roth, Günter Rudolph, Dr. Thomas Schäfer, Thorsten Schäfer-Gümbel, Jan Schalauske, Hermann Schaus, Norbert Schmidt, Marjana Schott, Armin Schwarz, Uwe Serke, Michael Siebel, Dr. Daniela Sommer, Frank Steinraths, Manuela Strube, Ismail Tipi, Tobias Utter, Joachim Feilmann, Matthias Wagner, Astrid Wallmann, Torsten Warnecke, Sabine Waschke, Marius Weiß, Kurt Wiegel, Dr. Rich Wilken, Axel Wintermeyer, Janine Wissler, Karin Wolf, Andrea Ypsilanti, Turgut Yüksel, Franziska Heiter, Janine Wissler, Hat jeder, der oder die eine Stimme abgeben wollte, die Stimme abgeben können? Das scheint der Fall zu sein. Dann schließe ich die Abstimmung und unterbreche die Sitzung kurzfristig zur Auszählung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Meine Damen und Herren, ich öffne die unterbrochene Sitzung wieder. An der namentlichen Abstimmung haben 97 Kolleginnen und Kollegen teilgenommen, 13 sind abwesend, 6 haben mit Ja gestimmt, 62 mit Nein, 29 haben sich enthalten. Dieser Antrag hat keine Mehrheit gefunden. Ich rufe auf den Dringlichen Entschließungsantrag 6197. Er soll nach meinen Notizen in den Sozialausschuss. Gut, das machen wir so. Über den Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Situation der Krankenhauslandschaft im Rheingau-Taunus-Kreis, Drucksache 19, 6200. Wer diesem Antrag zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Dagegen sind die Fraktionen der SPD, DIE LINKE und die FDP. Damit erübrigt sich die Frage nach Enthaltung. Dieser Antrag ist angenommen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vielen Dank.